Da musst du auf alle Fälle Wasser mitnehmen. Ich will einfach drüßen. Oh man, das wird mir irgendwie nie angezeigt. Ja, kurz bevor es so weit ist. So, was ist denn überhaupt? Tag 3. Okay. Läuft. Oh Gott. Okay, da vorne, wir hätten Hirsch und ihr seht, ihr bist schnell unterwegs. Really? Scheiße, wir haben nicht lang, nicht genug kurze Rohrstangen. Fuck! Äh, schauen wir mal, vielleicht habe ich noch... Kurze... Eisenrohr habe ich noch zwei Stück im Inventar. Und noch eins bekommen, drei Stück habe ich jetzt. Außer du meinst ein anderes Rohr. Und ich habe keine Pfeile mehr. Oh. Äh, Tom. Ja, Kochdrill. Iron. Ja, Iron habe ich aber 25 und Clay haben noch eine 5. Ehe. Ehe. Wird wohl doch nichts. Mitfressen. Weil wir können es nicht braten. Äh, das Hirschfleisch? Ja. Und das Schweinefleisch. Shit. Ich habe auch kein Spaß mehr. Tiefers. Fisch, Fisch. Bleu. Fotos. Schimmliges Brot. Groser Knopf. wo ist unser ganzes money in der einfach mal nix so war jetzt dringend was zu trinken also nichts zum trinken dabei ich habe nichts mehr also kartoffeln habe ich jetzt gefunden leist die tauschen durch eine halbe durch jetzt machen wir hier mal wieder das zu oh shit man weiß man das trinken aus der mmo empire ist auch wieder am start alles finden da klar bei uns ist alles christi braucht ein bisschen was zu trinken ich habe mir gerade was zu trinken gemacht fast dehydriert genau charakter ganz rechts spieler statistik ja okay da habe ich es auch jetzt so direkt so als overlay irgendwie ein blenden dass wir heute neues kann man irgendwie auch hat maske ein gleicher verfügbare punkte 23 was gibt es fertigkeiten lois skills also 62 gister okay verfügbar 23 alles klar dann stelle ich mit kurz vor in das haus rein das mache ich das mache immer in der nacht da habe ich die zeit schön immer produktiv sein am tag so also hier in wasserflaschen jawohl alter dicker ziehst hier rein und noch mal was haben wir jetzt noch mal teig gebraucht irgendwas an der teig gebraucht ich war ich bin jetzt gerade mal ich bin jetzt gerade mal was sollte das sein das kriegst du von also du kriegst es von tierfett und hier wird musst du dann braten total da rezepte für die kerzen haben was brauchen für die feuer so ich mach gleich mal ein paar eier waren und das ist ja immer wo empires können mit allem mal fünf euro geil danke ich bin jetzt fort aber echt dank u sir er hat ja jetzt geld jetzt kann er so ein blub rausfahren wieso hat er jetzt geld lange wierige geschichte vielleicht schreibt es da nice ich habe ja kein paypal ich wollte gerade sagen du könntest für mich auch mal geld immer noch nicht die möchten einrichten ich habe keine ahnung es funktioniert wird schon ja irgendwann lese ich mich da gemacht wird sein und dann geht das ich hör mal fett holz weil das werden wir dann brauchen wenn man die ganzen sachen aufrüsten sehr gut ach ja dann schauen wir mal dass man nicht drauf gehen ja du bist jetzt schon einmal gestorben ich bin dann hast du jetzt auch 97 und 97 87 sogar 87 80 ja ach du scheiße ja ja reparieren oh gott unsere truhe ist eigentlich schon wieder voll ja ich hole schon holz das nächste mal bist du dran christi mit der spende dann sagt er im empire sehr gut ja ich wollte da ich wollte einmal erzählen und ich habe es von ihm die erlaubnis bekommen dass ich mal erzählen darf wie wir uns überhaupt kennen gelernt haben aber vielleicht mache ich das heute aber vielleicht auch nicht hast du dir nicht sogar schon mal erzählt ich habe es wahrscheinlich erzählt aber den anderen das könnte sein halt ich bin so ein idiot wieso was hast du jetzt angestellt wir brauchen die ganze zeit metall oder ich habe es jetzt mal mitgenommen ich habe keine ahnung für was man das ist das ist das also ich habe 82 eisen und fast 140 blei ja blei scheißegal brauchen also so auch nägel ist glaube ich auch ganz gut zum bauen ich bin so ein idiot alter gott gott ich habe nur was gutes rausgefunden ja kriegt auch benzin an maß alter bist du noch an der tanke oder wie ne ich stehe direkt vor uns raus da bekommst du benzin hier ja komm mal raus und schau schau also wo ich draufhaut und weißt warum warum bitte kann man noch nicht subscriben da bin ich ein bisschen zu klein zum subscriben was machst du das auto kaputt ja da bekommst du auch natürlich macht sinn gell macht sinn alter ich habe 100 100 2 grad fahrenheit alter bist du einfach der typ muss schwitzen kommst du wieder rein oder jup so wie viel holz habe ich 210 das muss immer reichen hast du geschaut wegen den eiern ob die schon fertig sind achso ja perfekt da sind schon vier eier drin perfekt einmal und dann machen wir noch mal einen tee wie viel hunger hast du ich habe jetzt noch zwei eier rein getan sind die schon fertig ja die sind schon fertig die habe ich schon dann würde ich da einfach noch die eine nehmen was dann noch rauskommt ich habe jetzt ein benzin kanister mit 118 und da können wir erst mal raketen ausbauen und molotov cocktails und benzin fast immer 600 haben aber das haben wir ja nicht also nahrungsmäßig 32 prozent wasser 13 und ich okay ich habe aber noch zwei flaschen wasser plus noch plus noch hier ist die äh da noch die was ich eingelegt habe jawohl so dann hast du noch leere wasserkrüge oder leere wasserflaschen oder dann geh ich kurz wasser holen ich kann dir kurz zeigen wo ich das wasser her trinke ich das noch kurz ja ich muss dann glaube ich noch eine zweite truhe bauen weil die genau ich habe jetzt zwei krüge mal dabei ja warte ich schau mal kurz was mir in dem grill kochgrill 25 iron und 5 clay ja dann clay den holen wir jetzt auch und leder habe ich auch zwei stück bekommen aus dem auto logischerweise das soul reaper ist auch wieder am start den kenne ich doch auch noch ich hätte noch um die 80 also federn mäßig nehmen wir aber trotzdem immer gern mit weil ja wegen falle genau dann ich kann noch so paper mäßig vielleicht erstmal wieder zehn falle machen so all right ich sehe nicht so weit weg gott sei dank weil wir haben da so einen kleinen fluss der direkt bei uns in der nähe ist zur hölle bist du hin da wird eine tür raus ah ja ok da einfach mal kurz auf die map gucken da bohrst du schon und ich schätze mal ja wasser auffüllen und dann halt dann kochen oder ja aber nur einmal recht einmal ein klick machen und der füllt alle auf einmal los vorsicht zu mir ja den nehmen wir doch gleich mal mit oh gott also pfeile abschießen ist noch richtig heftig für mich geht eigentlich perfekt wow der hat ein glas gut perfekt dankeschön warte was ist wenn ich den auswärts gar nichts gut nicht noch mal rechts flieg aber es muss auch so wasser ja einmal rechts flieg und dann fertig darum ist noch ein zombie ja aber wie viele krüge hast du ich habe sechs shit wieso wie viel hast du ich habe plus zwei haben wir denn da nicht mehr gehabt ja ich habe alle aus der truhe rausgenommen ich habe ja die eier brauchen ja auch wasser aber dann hast du das sechs stück ja eh oha ich habe ja noch zwei geholt vor allem von der tanke hast du immer los noch sechs stück aber die werden noch nicht verbraucht oder die gehen nur leer muss ja die ganze dauffüllen ja klar also ich habe 14 ich mache auch mal meine dann haben wir acht dann nimmt sich halt jeder vier mit und fertig dann haben wir vergeteilt hört sich gut an ich bin nicht so der teiler aber ich bin nicht so der teiler aber soll ich gleich eine truhe bauen oh ja bitte da ist die sonne arbeit dann können wir ja irgendwie gleich ein bisschen aufzahlen irgendwie nahrung handwerks zeug und keine ahnung was wir noch alles machen könnten soll ich sie hinstellen kannst du auch gleich daneben packen oder geht das nein kann ich nicht also dann vielleicht hier ja da geht wunderbar bitteschön 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 so so fünf flaschen sind schon fertig wir brauchen für eine blau für ein blau bärkuchen brauchen wir heidelbeeren haben wir eier kriegen wir auch relativ schnell das gekochte fleisch brauchen wir noch ein grill und den haben wir noch nicht weil uns immer noch kleid für die die nicht jetzt noch eins holen gehen da kann man wieder ein zombie rum ja geil das soll sich angeblich farblich vom boden abheben ok jetzt bin ich gespannt er hat halt einfach schon ein benzinfass gebaut wie krass ist das denn bitte die habe ich eingesammelt bei der tanke die habe ich nicht gebaut ach oder so den benzin habe ich mitgenommen ja aber das benzinfass bist nass ja aber ich kühle mich auf das ist das gute daran wenn ich nass bin wo soll hier bitte clay sein wo zum teufel soll ich mich jetzt geehrt fühlen weil ich ja wirklich schon eine halbe ewigkeit seitdem ich mal hier war ne geehrt ist jetzt übertrieben aber ist halt nochmal wieder schön dass du vorbeiguckst ja alte bekannte sieht man immer gerne oh ja hey da ist sand alles klar oh cool in dem spiel gibt es wassermechanik ok oh wäre mir jetzt noch gar nicht aufgefallen hehehe ja ich hab grad mit der schaufel ein Loch gebudelt einen teil der community vergisst man ja nicht so schnell hehehe kann ich aus dem dirtfragment machen fertilizer oh dafür brauchen wir die menschliche scheiße alles klar also die müssen wir wirklich aufsammeln oder wie die müssen wir wirklich aufsammeln ja oh shit aber ich hab noch kein clay gefunden und das nervt mich ein bisschen weil den brauchen wir nämlich den brauchen wir echt angeblich sollte sich vom boden abheben aber aber du hast dann schon mal clay gefunden oder wie nein hab ich noch nicht in der wiki gelesen imagen garix nicht hin nur die die